Wir haben noch einen, der hier festgenommen ist, hat er gerade mit uns gebunden. Der hat auch jetzt gerade gesagt, dass er mitbekommen hat und da hat er sehr herzlich bedankt. Wir haben noch einen, der hier festgenommen ist. Wir haben noch einen, der hier festgenommen ist. Wir haben noch einen, der hier festgenommen ist. Der hat in einem ganz schlimmen Zustand momentan, er kann kaum noch reden, aber er hofft noch, dass sie dann noch hier bleiben können. Wir haben noch einen, der hier festgenommen ist. 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 Das war's für heute. Ich weiß ganz genau, weil er eine sehr gefährliche Situation ist, wenn der Tod in Sri Lanka ankommt, das weiß die und wir sind ja auch der Familie und das bietet sie nochmal hier für einen Fehler in euch, dass er dann die Abschiebung gestoppt wird. Also die Hoffnung, die kann auch nicht viel erzählen, das ist so schrecklich. Also die Hoffnung, das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Niemand von denen ist freiwillig nach Deutschland gekommen und alle, die dort drin sind, leben jetzt in der Angst, sobald sie zurückkommen, dass ihnen dort was passiert. Sie haben keine Sicherheit, dass wenn sie dort ankommen, dass sie dort in Sicherheit weiterleben können. Und dieser Bekannter von uns ist jeden Tag am Wein jetzt, weil er hat Deutschland vertraut. Er hat nicht gedacht, dass wenn er am Freitag da hingeht, dass die Polizei dort auf ihn wartet. Er hat geglaubt, dass der hier Hilfe bekommt, dass er als Mensch recht hat, hierzu beim Ball er in Gefahr ist, dass er ein Recht auf Asyl hat. Man hat diesen Land vertraut und ist trotzdem dort hingegangen und er wurde festgenommen. Und als erstes wurde sein Vertrauen missbraucht und zweitens muss man überlegen, dass dieser Mann nicht ohne Grund geflohen ist. Er ist noch immer noch in Gefahr und so sind alle anderen. Deswegen müssen wir die anderen, die hier sind, die vielleicht nicht so viel von Freilanka wissen, das sind keine Flüchtlinge, die einfach so hier rüber gekommen sind. Die haben Deutschland vertraut und wollen immer noch Hilfe. Deswegen müssen wir alle zusammen Solidarität für alle Menschen hier zeigen. Vielen Dank. 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 weiter, jede Möglichkeit, die wir haben. Und dann das Letzte. Es wurde schon angedeutet, zwei Tage. Ich sage mal hier ganz offen, nach allem, was wir wissen, soll der Abschiebeflug am Dienstag von Düsseldorf auf losgehen. Insofern, der Zeit ab am Dienstag nach Düsseldorf zum Flughafen zu kommen, er möge das tun. Auch da ist es wichtig, dass diese Abschiebung nicht ohne Beteiligung der Öffentlichkeit stattfindet. Sagt allen Bescheid, die irgendwie können. Lasst es nicht zu, dass da in aller Heimlichkeit ein Flugzeug nach Sri Lanka startet. Und ganz zum Schluss möchte ich doch noch eine etwas, ja, vielleicht fast kuriose Sache sagen. Die US-amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die ja nun wirklich nicht eigentlich den Kampf der Taminen unterstützt hat. Ich habe über Freunde mit dem Direktor heute Morgen Kontakt gehabt und er sagt wörtlich, die US Human Rights Watch ist deeply concerned, deeply concerned about this deportation nach Sri Lanka. Selbst Human Rights Watch. Und das wird schon was heißen. Also, wir sind nicht alleine, Leute. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen. Lasst uns Deutschland dazu zwingen, dass sie diese und andere Abschiebungen zurücknehmen. Und bleibt alle solidarisch dabei. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.